Ich lerne Deutsch. Nummer 4912 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Was genau darf ich Ihnen erklären? Findest du nicht auch, dass mich diese Sonnenbrille sexy macht? Findest du nicht auch, dass mich diese Sonnenbrille sexy macht? Wartet auf mich. Ich bin gleich fertig. Ich komme mit. Wartet auf mich. Ich bin gleich fertig. Ich komme mit. Wir kümmern uns um das Projekt und werden nur eine Woche bis zur Fertigstellung brauchen. Wir haben uns auf alle Details geeinigt und schließen jetzt das Geschäft ab. Wir haben uns auf alle Details geeinigt und schließen jetzt das Geschäft ab. Ich beginne jeden Tag mit frischem Atem. Dann bin ich gleich besser gelaunt. Ich beginne jeden Tag mit frischem Atem. Dann bin ich gleich besser gelaunt. Der Facharzt für Notfallmedizin muss eine 80-stündige Weiterbildung in Notfallmedizin absolvieren. Kinder im letzten Kindergartenjahr werden auf die Schule vorbereitet. Kinder im letzten Kindergartenjahr werden auf die Schule vorbereitet. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste, da diese die Zähne effektiver reinigt als eine Handzahnbürste. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste, da diese die Zähne effektiver reinigt als eine Handzahnbürste. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste. Zahnbürste empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste. Zahnbürste empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Zahnbürste empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste. 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 Mit weiß nicht,ydd ANGRIUTEN in der